Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring. Wir sind jetzt endlich hier unten. Das dauern wir mal ein bisschen. Alter, falter. Ich mach Running Gun. Lauf, komm. Komm. Das wollte ich nicht. Ah, da hinten ist er weitergegangen. Na, jetzt wissen wir es wenigstens. Wo wir da hin müssen. Bei dem Drachen muss ich auch nochmal weiter gucken. Da haben mich jetzt die zwei leider voll rausgebracht. Das heißt, ich will nochmal hier hin. Von da runter runter. Den vorbeilaufen und nach links. Oh. Ah ja. Können wir da zum Leuchtfeier. Mal hinsetzen, sind wieder sicher. Dann nochmal zum Drachen. Einmal durchlaufen. Dann sind wir wieder sicher. Hier. Nur oben muss ich die zwei fetten irgendwie. Nur irgendwie hinbekommen. Höpa. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Dann wollen wir uns vorbei schleichen. Irgendwie muss da oben ein Eingang sein. Sonst würde das gar keinen Sinn machen. Ja, da können wir eh durch. Da oben die zwei großen sind halt wieder ein Problem. Dadurch, dass die so gar nicht stagern kann. Die zu zweit sind. Sind die unglaublich schwer. Ich meine, diesmal muss ich ein bisschen mehr schleichen vielleicht. Vielleicht komme ich irgendwie an denen vorbei. Ich habe die ja gar nicht gesehen. Das war mein größtes Problem. Na, irgendwie müssen wir da auf der anderen Seite irgendwo reinkommen. Hm, hier waren wir glaube ich schon. Naja. Okay, dann ist der Drachenweg auch nicht der Weg oben rein. Mitten diese Treppe hoch. Hier. Da habe ich mich auch nicht nochmal hierher. Muss irgendwo hier drin sein. Nein. Also keine Chance zu verlieren. Da steht in der Entdeckung. Mann. Das ist toll. Das war's. 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 für andere Leute. Das war's. 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 Das war's.